Happy Birthday to you! Sie rannten raus vor die Tür und erzählten den Menschen von dem, was Jesus getan hat. Das Erstaunliche durch das jüdische Fest Schavut waren Menschen aus aller Herren Länder in Jerusalem versammelt, die unterschiedliche Sprachen verwendeten. Doch durch den Heiligen Geist verstanden sie, was Petrus und die anderen Jünger erzählten. Noch am selben Tag wurden etwa 5000 Menschen getauft und die ersten Gemeinden entstanden, weshalb wir bei Pfingsten vom Geburtstag der Kirche reden. Auch heute noch hilft uns der Heilige Geist, die Bibel und Gottes Willen zu verstehen. Er treibt uns an, Gott anzubeten und anderen Menschen von Gott zu erzählen. Heute gibt es Christen über die ganze Erde verteilt, die Woche für Woche Gottesdienst mit verschiedenen Sprachen feiern. Ist das nicht cool?